So Leute, herzlich willkommen zu diesem doch etwas spontaneren Geburtstagsvideo, als es geplant war. Ich hatte das eigentlich schon länger vor, aber da ich die Woche echt wenig Zeit habe, wenn man immer so um vier heimkommt und dann noch ein komplettes Video produzieren muss, hochladen und schneiden und alles mögliche, dann vergisst man das so. Ich habe eigentlich mehr geplant gehabt zu machen, aber jetzt seht ihr eben dieses kleine Video hier. Und ich möchte einfach nochmal Danke sagen, ich könnte genauso, wie es auch andere Leute gemacht haben, jetzt hätte ich irgendwelche Challenges aufstellen können, keine Ahnung, dass wir 100 Abos erreichen bis zum heutigen Tag. Eigentlich hatte ich das, glaube ich, auch mal vorgehabt, habe es dann halt aber wirklich vergessen, weil ich einfach keine Zeit für irgendwas hatte und komplett unter Druck stand auch irgendwo. Deswegen bin ich eben nicht dazu gekommen, aber ich möchte einfach nochmal ein großes Dankeschön an euch alle herausgeben. Ihr seid die letzte Zeit echt ziemlich aktiv. Wir haben ja in den letzten Tagen viele neue Leute auf dem Kanal gehabt, vor allem bei den Minecraft-Videos halt, weil Minecraft ist jetzt nicht der Content, den alle mögen, aber wir haben ja auch immer noch genug anderen Content auf dem Kanal. Und es ist echt schon krass, wie viele Aufrufe ihr mittlerweile in dem Zeitraum, seitdem ich Videos mache, was jetzt ja noch nicht so ewig ist, wie viele Aufrufe es auf Videos da von mir gibt. Ihr habt schon über 12.000 Aufrufe auf meine Videos gemacht und das ist schon echt ziemlich viel. Wenn man jetzt schaut, wir haben jetzt, ihr seid jetzt 85 Leute hier. Ich kenne Kanäle, die haben mehrere hunderte oder fast schon tausend Abonnenten und haben eine Community, die sind deutlich weniger aktiv oder schreiben deutlich weniger Kommentare. Aber ihr seid einfach bei jedem Video dabei, schreibt so oft Kommentare, lasst Likes da und so weiter. Dafür bin ich euch echt, echt dankbar. Und aus dem Grund habe ich auch noch, später werde ich das erwähnen, noch ein paar kleine Überraschungen für euch. Ich denke, es könnte euch gefallen. Werdet ihr dann am Ende des Videos sehen. Auf jeden Fall möchte ich mich auch noch mal für alle Kommentare und auch alle Leute bedanken, die Videos von mir teilen oder eben Likes geben. Und natürlich auch möchte ich ankündigen und beziehungsweise noch mal sagen, dass ich an allen Projekten, die ich noch offen habe, die ich schon irgendwann mal angekündigt habe, am Arbeiten bin. Aber das Ganze zieht halt sowieso schon viel Zeit, täglich Videos zu machen. Und eben habe ich dieses Jahr weniger Zeit als, oder die letzten Monate und Wochen weniger Zeit als im Zeitraum vorher. Weswegen sich das halt bei einigen Projekten ein bisschen hinzieht. Aber ich bin auf jeden Fall bei allem irgendwie am Arbeiten. Ob es jetzt die neuen Designs für Streams sind oder, keine Ahnung, ein Projekt, das ich noch offen habe, wie irgendwie die zweite Version von meinem Fame Montana Video oder der Podcast und so weiter und so fort. Ich bin an allem am Arbeiten. Nur es zieht echt viel Zeit und es ist halt auch schwierig, Projekte weiterzubringen. Wenn man so viele parallele Projekte hat, die man alle gleichzeitig macht, dann ist das eben immer schon ein bisschen schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen und trotzdem keins zu vergessen und an allem weiterzuarbeiten, sodass auch wirklich alles irgendwann mal fertig wird. Wie gesagt, ich möchte mich deswegen echt für euren Support bedanken. Wie gesagt, Leute, jetzt nochmal ein Dankeschön an alle Leute, die schon länger dabei sind und mich schon konstant lange supporten, viele Kommentare schreiben. Aber auch an die Leute, die eben keine Kommentare schreiben und stille Zuschauer sind. Auch natürlich an alle neuen Leute, die letztens erst dazugekommen sind, ob es jetzt durch Minecraft war oder durch Detroit. Da möchte ich mich auch nochmal bei allen bedanken, die dabei bleiben und auch immer gerne Kommentare schreiben oder eben auch stille Zuschauer sind. Das ist natürlich auch immer ganz schön, auch wenn es natürlich immer nett ist, auch was von Personen zu wissen oder eine Diskussion mit jemandem zu haben. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so viel drum herum reden. Nochmal danke an alle und auch danke an alle Geburtstagsglückwünsche, die vielleicht jetzt unter dem Video stehen werden. Und möchte nochmal sagen, jetzt in, keine Ahnung, ich glaube, circa 10 Minuten, sprich um 0.15 Uhr, müssten zwei Videos online kommen, über die ihr euch vielleicht freuen könntet. Ich kann, ich kann erstmal nur so viel sagen. Es ist ein Spiel von einem deutschen Entwicklerstudio und es ist erst seit ganz kurzem draußen. Ich glaube, damit müsst ihr euch schon bewusst sein, was für ein Spiel es ist, falls ihr euch da so mit den letzten Releases so ein bisschen beschäftigt habt. Wenn nicht, werdet ihr es dann ja sehen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr es euch anschauen würdet. Da kommt der erste Part heute und auch der Endscreen, also jetzt in 10 Minuten, für die Leute, die Nachteulen sind und sich das dann noch anschauen wollen. An alle anderen, ihr könnt es euch natürlich auch morgen anschauen oder so, wenn ihr wollt. Es ist ein etwas spezielleres Spiel, aber es ist storytechnisch. Also ich kann es nicht sagen, weil ich es natürlich blind spiele, aber ich denke, es wird ganz interessant werden. Deswegen würde ich mich auch da natürlich darüber freuen, wenn ihr dranbleiben würdet. Und nochmal danke für den Support. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Auch gerne ein Like, wenn ihr euch auf weitere Videos freut. Auch gerne einen Kommentar, ob es jetzt ein Geburtstagsglückwunsch ist oder irgendwas anderes vielleicht, wie ihr zu meinem Kanal gefunden habt. Oder wenn ihr irgendwas anderes ausdrücken wollt unter dem Video, könnt ihr einfach alles schreiben, worauf ihr Lust habt. Nur bitte niemanden beleidigen oder so. Also ihr könnt alles zum Thema meines Kanals oder irgendwie sowas schreiben, wie ihr wollt, solange es in irgendeinem gewissen ausdrücklichen Rahmen bleibt. Deswegen würde ich jetzt auch nicht zu viel drüber reden und ciao! Bis zum nächsten Mal.